Gino! Enjoy! Hier ist noch ja auch nichts. Ich sehe ja auch nichts. Na, hier ist noch ja auch nichts. Ich würde auch ja keinen ziehen, ne? Sag mal Bescheid dann! Äh, sehr mager. 1 Minute 20 ist schon sehr, sehr mager. Alter, die Penn, Alter! Das darf doch nicht wahr sein, Alter! Mann, 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 Mann! Wahrscheinlich müsste gleich die Seite wechseln, weil hier ist ja ja nicht los. Alter! Und? Nein, geht schon. Ja, hier sind echt wenig, ey. Ist da mehr los? Wie viel mehr? Ist da wirklich mehr? Na ja, werden wir wahrscheinlich mal die Seite wechseln. So, wir befinden uns jetzt auf die andere Seite von, äh, ja, überhaupt was sagen. Wir haben einen leichten Nieselregen hier in Berlin, was sagen. Wir haben einen leichten Nieselregen. Aber irgendwie... Noch sehr mager hier. Leicht niedlich. Sichtweite ca. 500 Meter. Und mehr sieht man hier rum wie gar nicht. Scheiße. Man hört nur, man sieht kaum was. Außer der. Der war ne Ausnahme. Tja. Irgendwie hat man nicht immer Glück hier das Jahr. Naja. Oder es kommen noch alle, wer weiß. Die ersten Gäste kommen, aber... Na, die ersten Gäste kommen, aber... Sehr, sehr neblig. Sehr, sehr neblig. Sehr, sehr neblig. Der ist noch ein bisschen scheiße. Da kann man nüch machen. Versucht die Böste aufzunehmen, aber es sieht... ...schlecht aus. Ja, da ist noch immer dringend. Nichts! O, Fung! Dack! 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 Schlechte Sicht. Ich frag mich, was das für Teile sind, was die da hochjagen, ey. Ich hab heut hier schon polnische Böder erlebt, äh tschechische. Ich dachte, hier fliegt bei mir jede Schein raus, Alter. Das ist natürlich eigentlich jeden seine Sache. Na ja, rührt ja langsam. Ah, die Sicht wird immer beschissen, aber... Oh, Mann. Mein Herzfuhr, man sieht's nicht. Ich weiß nicht, dass ich ihn voll habe. Ich weiß nicht, dass ich ihn voll habe. Oh, der ist gut. Wenn die Herren alle hier fertig sind mit der Trommierballer, dann kommt nachher jetzt noch schön so meine Batterie, wenn sie alles schon nach oben jagen können. Ich hab hier noch schön, die dicke Batterie anbauen. So 30 Millimeter haben wir hier noch. Die werden hier nachher noch schön grün. Eine schöne Russenbatterie noch. Noch ein paar Jahre Batterien. Die werden hier nachher noch mal schön richtig umräumt, hier in dieser Scheinwerk. Das nächste Ghetto. Also gefilmt wird ja mit dem Sony Z3 Full HD mit 60 FPS. Die werden leider hier nicht 50 FPS einstellen. Aber ich denke mal, die Qualität ist doch okay. Wenn wir mal hier rüber schwenken, der rechten Seite. Der Anfang ist immer... Der Anfang ist wie uns lang, weil er pathetische konnte immer heilt und mit in der Mitte so fünf Minuten, acht Minuten, neun Minuten. R helemaal ein Auto, und mit der烙zone nach uns ist es beendet. Das geht auch advocate, Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Film. Da passiert links was, da passiert in der Mitte was, rechts was. Nur so eine Weichweiser hat er natürlich ein Scheiß-Telefon nicht. Da muss man eine Bestung mit raus machen. Also was hinten passiert sieht man nicht mehr, also nur noch was vor der Haustür passiert, mehr sieht man überhaupt nicht mehr. Da geht's noch! Ja! Da geht's! Mehr von den Dingern! Ja man! Yeah! Wuhu! Mann 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 ey! Ja komm mal ein paar Dinger hoch! Na jeder! Sehr schön! Uh oh! Junge aus dem Dingern! Oh nein! 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 Sehr schön! Dreier salve! Oh nein! Na ja! Na ja! Oh nein! Sehr schön! Uh oh! Oh! Oh, wo geht die denn hoch? Jawoll, du bist der Meister. Mann, das Wetter hat dich so gut ja reinkommen, Mann. Mann, das ist doch scheiße. Ein bisschen Action muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Hier hoch! Na, kriegen wir alles hoch? Jawoll. Schnell aus. Warum, das ist doch noch ein bisschen. Mann, das Haus kann doch noch ein bisschen mehr hören. Oh mein Mann, schau dir gar geil! Alter, ich brauch'n Bier, Alter! Oh, hier ist kein D-Effekt hier! Das ist besser als ein Zieg, Alter! Action! 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 Oh, boah! Alter, bin ich weit, Alter! Oh, boah! Mann, Alter, meine Pfoten kriegen die nur einen Steifen, Alter! Mann, 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 Alter! Laut war viel Scheiße, aber egal! 2 Endgeräusche 1 Ecke 2 Endgeräusche Die Kasse ist hier verschulungen, aber er ist nicht! 2 Ecke 2 Endgeräusche T 3 Endgeräusche 3 Endgeräusche Mal schauen, wie es darauf aussieht. so muss es sein andere muss auffahren die andere muss reinfahren richtig enjoy zung die Dinger an schmeiß die Dinger hoch oh yeah guck mal die Leute die Leute hören, was haben ja die andere bei Wofür fängt die andere an wie das ist ja geil ey Mann Mann ey da dürfte ich 100 likes sehen jawoll Köln Kalkverbot alter Alter was war denn das Alter ey das explodiert mir hier in die Fresse Alter ach schade man sieht es nicht oh nein na puh und guter na na sei doch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich denke mal, wir warten noch mal ca. 2 Minuten, aber ich denke mal, hier wird nicht mehr viel passieren. Ich denke mal, wir warten noch mal. Unten sind noch welche, aber die braucht man nicht. Jetzt füllen wir das rein. Total dicht hier. So, rechte Seite ist nichts mehr, unten passiert wahrscheinlich auch nichts mehr. Jetzt sind noch diese Trommierhäule da. Ja, und dann wird noch zur Not. So, rechte Seite ist nichts mehr. Wenn ich weiß, wie ich die Kamera jetzt hier ausmachen kann ich mir am besten nicht vorstellen. Ja, lustig. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Und man sieht uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann.